Die russischen Behörden haben neue Atomwaffenübungen in der Nähe der Grenze zur Ukraine angekündigt. Erklärungen des russischen Verteidigungsministeriums zeigen zunehmende Spannungen und Bedenken hinsichtlich der internationalen Beziehungen, berichtet die ausländische Presse. Durch diese Ankündigung macht Russland deutlich, dass es über die Kapazitäten und die Bereitschaft verfügt, Atomwaffen in diesem Gebiet einzusetzen. Der britische Außenminister David Cameron sagte, dass die Ukraine britische Waffen einsetzen könnte. In diesem Zusammenhang betont die NATO kontinuierlich ihre Bereitschaft zu reagieren, falls Russland über die Übungen hinausgeht und Maßnahmen wie den Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine ergreift.